Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlüschschreiber. Ein Thema, auf das wir sehr häufig angesprochen werden, das ist das Erziehen und das Formieren von jungen Bäumen oder auch ganz einfach, wie man junge Bäume schneiden kann und soll. Das möchte ich euch jetzt anhand von zwei Bäumen in unserer Obstanlage zeigen. Wir erziehen hier unsere Bäume als Spindel. Das heißt, wir möchten eigentlich eine Baumform, die ähnlich einem Christbaum ist, oben schlank, unten breit. Und der Idealfall wäre, dass wir hier immer wieder flach ausladende Äste haben und sozusagen mehrere Trichter übereinander, damit wir immer bis ins Innere des Baumes Licht bekommen. Denn Licht ist immer das Allerwichtigste. Ganz egal, welches Erziehungssystem man macht, das Licht möglichst gut auszunutzen, ist immer der entscheidende Faktor beim Schnitt und bei der Erziehung. Das heißt, wir wollen jetzt hier bei diesem Baum die Äste etwas flacher bringen. Wir wollen den Baum natürlich möglichst gleichmäßig erziehen, was so jetzt gerade von Natur aus nicht ganz passiert ist, denn hier haben wir deutlich kräftigere Äste, kräftigeren Wuchs als hier. Und das schauen wir uns jetzt an, wie man das etwas ausgleichen kann. Prinzipiell gilt einmal zu sagen, sehr aufrecht steil stehende Triebe wachsen tendenziell stärker, sind dominanter. Und das kann man hier auch ganz gut erkennen. Hier diese steil stehenden Triebe sind dieses Jahr deutlich über einen Meter gewachsen, wohingegen hier dieser flachere, aber ebenfalls einjähriger Trieb deutlich dünner ist und einfach nicht so ein kräftiges, mastiges Wachstum hat. Prinzipiell gilt, egal welche Obstart man gepflanzt hat, je steiler ein Trieb steht, desto stärker wachst er und je stärker ein Trieb wächst, desto weniger Früchte setzt er an, also desto weniger generativ ist er. Wo haben wir vor allem die Früchte sitzen? Die sind hier auf diesen kurzen Spießen, auf den kurzen Fruchttrieben. Hier haben wir nämlich alles voll garniert mit Blütenknospen. Am einjährigen Langtrieb, da tragen beim Steinobst höchstens die modernen Sorten, alte Sorten eher weniger. Beim Kernobst ist der Unterschied noch größer. Kernobst trägt noch viel mehr auf dem kurzen Fruchtholz, auf den Kurztrieben. Wie können wir also jetzt den Baum dazu bringen, flacher zu wachsen, um einerseits schwächer zu wachsen und mehr Früchte anzusetzen und auch natürlich um den Baum klein zu halten, um möglichst viel vom Boden aus ernten zu können. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das einerseits mit Schnitt erreichen, aber auch mit dem Formieren, also mit dem Flachbinden von Ästen. Denn auch wenn ein steiler Ast flach gebunden wird, kann man dadurch das Wachstum beruhigen und den Fruchtansatz fördern. Dazu kann man jetzt verschiedene Materialien verwenden. Wir bei uns im Betrieb verwenden zum Beispiel gerne diese Schnüre von Heuballen. Das hat den ganz einfachen Grund, weil wir auch Pferde haben und diese ganz einfach anfallen. Das Angenehme bei diesen Schnüren ist, dass sie glatt sind und dass man deswegen sehr leicht Knoten machen kann. Der Nachteil an diesen Schnüren ist, dass sie leider nicht biologisch abbaubar sind. Als Alternative könnte man auch zum Beispiel Hanfschnüre, Jute nehmen. Diese Materialien sind dann biologisch abbaubar, aber man sieht es auch schon hier, sie franzen, sind nicht glatt. Deswegen braucht man etwas mehr Fingerspitzengefühl beim Knoten machen. Und es gibt auch verschiedene Kunststoffmaterialien. Diese Bindeschläuche, die gibt es auch in verschiedenen Dicken, in verschiedenen Stärken. Auch solche Materialien gibt es mittlerweile biologisch abbaubar. Um das Binden jetzt möglichst effizient zu gestalten, kann ich mir jetzt schon mal vorab anschauen, wie viele Äste möchte ich eigentlich flach binden und dann gleich die richtige Anzahl an Schnüren nehmen und mit der richtigen Anzahl gleich einen Knoten am Stamm oder am Unterstützungspfahl daneben machen. In diesem Fall würde ich jetzt gerne 1, 2, 3, 4, 5 Äste formieren und deswegen nehme ich mir auch jetzt gleich 5 Schnüre zur Hand. Wenn ich hier jetzt den ersten Knoten mache, habe ich jetzt 3 Optionen insgesamt. Ich kann einerseits den Knoten direkt um den Stamm machen, dann muss ich aber aufpassen, dass wenn der Stamm im nächsten Jahr tickt oder in den nächsten Jahren dicker wird, ich das Material wieder aufschneide. Vor allem dann natürlich, wenn ich kein biologisch abbaubares Material verwendet habe. Manchmal hat man da noch Glück und es löst sich mit der Zeit von alleine. Die zweite Option ist, dass ich hier am Bambuspfahl den Knoten mache. Vor allem beim Unterstützungsmaterial Bambus habe ich aber den Nachteil, dass der sehr, sehr glatt ist und deswegen ein Knoten schnell rutschen kann. Und das hat natürlich großen Einfluss dann aufs Bindergebnis. Die dritte Möglichkeit ist, dass ich jetzt auch noch beides zusammenbinde. Dann kann das Ganze nicht so leicht verrutschen, wie wenn ich es nur am Bambuspfahl mache und es kann auch nicht so leicht etwas einwachsen. Genau das mache ich jetzt. Wenn ich mich hier jetzt ans Binden mache, dann sind einige Punkte ganz wichtig zu beachten. Einerseits, dass ich ihn nicht über die Waagerechte drüber binde, denn sonst entsteht hier ein Scheitelpunkt und der Baum wird hier höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr wieder mit vielen steilen Trieben, mit Wasserschossern reagieren. Im Idealfall binde ich den Trieb so, dass er relativ gerade, aber leicht aufrecht wächst. Wichtig ist jetzt hier zu wissen, je stärker man den Trieb flach bindet, also je flacher der Trieb ist, desto mehr bremst man das Wachstum. Und wenn man einen Baum natürlich wachsen lässt, dann rutscht das Wachstum von alleine immer mehr nach oben. Das ist die sogenannte Apikal-Dominanz. Und diesem Phänomen, dass der Baum von alleine das Wachstum immer mehr nach oben verlagert, dem kann ich jetzt entgegenwirken, indem ich beispielsweise hier unten die Äste etwas aufrechter stehen lasse, als die, die oben im Baum angeordnet sind. So kann man zum Beispiel sagen, dass man hier die Triebe leicht aufrecht lässt und dann je höher ich gehe, immer flacher wird. Wenn ich diesen Trieb jetzt hier flach binde, suche ich mir hier am besten ein Auge, damit die Schnur auch wirklich hält. Dann nehme ich hier mein Bindematerial, mache eine Schlaufe, ziehe sie einmal nach oben und nach unten und schon hält das Ganze eigentlich von alleine. Dieser Knoten, der kann sich jetzt nicht nach oben ziehen, hier kann sich jetzt der Winkel des Astes nicht mehr verändern und wenn ich diesen Knoten hier jetzt noch festziehe mit einer Schlaufe, dann wäre das Ganze eigentlich schon fertig auf diesem Ast. Das Ganze mache ich jetzt hier gleich noch einmal bei diesem Ast. Ich bringe den Ast in die Position, suche mir ein Auge, damit die Schnur hält, habe ich jetzt hier die Schnur, die ich einmal um den Strang, der für die Spannung sorgt, herumwickele. Jetzt kippe ich diese Schnur von oben nach unten und das hört man richtig, dass hier der Strang, der spannt, einmal umspringt, einmal geknickt wird. Und wenn ich das mache, dann hält dieser Ast schon wieder von ganz von alleine. Ich müsste jetzt gar nichts mehr tun, mache jetzt hier nur noch eine Schlaufe hinein, dann kann man ihn im Anschluss auch wieder schnell und einfach lösen. Und dieser Ast hält gut und mit diesem Knoten kann sich jetzt der Ast nicht von alleine wieder nach oben ziehen, denn wenn man hier vor allem bei glatten Schnüren nur einen Knoten macht, dann zieht sich dieser Knoten, wenn hier immer der Ast nach oben zieht, ebenfalls mit der Zeit nach oben. Hier bei diesem Ast, hier unten ist er schon zweijährig, habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Die sehr schnelle, wenig zeitaufwendige Variante wäre hier dieses ganze steile Holz mit einem Schnitt herauszunehmen und hier auf einen schwachen, flachen Trieb abzuleiten. Das wäre das, was ich jetzt hier als Obstbauer tun würde, weil ich ganz einfach die Zeit für diese viele Bindearbeit nicht finde und weil das einfach zu teuer ist. Die Alternative dazu ist es jetzt, auch diesen Ast hier nach unten zu binden, flach zu binden und zu formieren. Wenn man auf diese Triebe hier oben verzichten kann, würde ich auf jeden Fall immer schneiden, bevor ich ihn formiere. Das wäre jetzt die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel hier sonst ein zu großes Loch erzeugen würde und wenn ich diese Triebe unbedingt behalten möchte. Ich entscheide mich jetzt hier, den Baum zu schneiden. Wichtig dabei ist jetzt, dass ich diesen Schnitt stummelfrei, so wie der Ast, auf den ich hier abgeleitet habe, verläuft. Und dass ich hier jetzt nicht noch vielleicht ein, zwei, drei Zentimeter Stummel belasse, denn dann würde mir erstens hier oben höchstwahrscheinlich schon wieder mit steilen Trieben im Anschluss reagieren. Und die zweite Gefahr ist, wenn er nicht austreibt, dass das Ganze hier dann böse zurücktrocknet und auch dieser kurze Spieß hier geschädigt ist. So wie in dem Fall ist der Trieb hier hinten gut garniert, dieser Ast ist gut garniert und daher kann ich hier damit rechnen, dass im kommenden Jahr hier schon reichlich Früchte sind. Diese beiden Ästen hier, die möchte ich aber sehr wohl noch flach binden und da zeige ich dieses ganze Prozedere gleich noch einmal. Ich bringe den Ast in die Position, wickele dann die Schnur einmal durch den Strang, der den Ast hält, lasse sie umspringen und mache hier wieder die Schlaufe. Wenn ich hier die Schlaufe mache, habe ich hier oben viel Spielraum. Dieser Trieb, der kann hier niemals einwachsen, denn so dick kann der Ast ganz einfach nicht so schnell werden. Im nächsten Jahr, wenn ich sie auflösen möchte, ziehe ich ganz einfach hier an der Schlaufe und kann das Ganze auch schnell wieder entfernen. Hier oben habe ich jetzt noch einen ganz typischen Konkurrenztrieb. Dieser Trieb steht genauso steil wie der Mitteltrieb, ist auch in etwa so stark gewachsen. Und hier gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder ich ordne diesen Trieb deutlich unter, den würde ich jetzt sogar fast waagrecht oder sogar wirklich waagrecht binden, oder ich entscheide mich dafür, ihn ganz herauszunehmen. Das wäre in dem Fall jetzt die Variante, die ich machen würde. Diesen Trieb einfach stummelfrei entfernen. Ich habe hier unten viel schönes Fruchtholz, das jetzt erstens einmal auch wirklich super belichtet ist. Ich werde hier im nächsten Jahr eine super Qualität ernten. Und meine Erfahrung ist es, dass wenn ich hier jetzt diese Konkurrenztriebe drinnen lasse, die ganz einfach ein bisschen das Wachstum an sich ziehen und hier unten gar keine anderen neuen Triebe aufkommen lassen. Und so kann ich es schaffen, dass ich hier auch in Zukunft ein etwas gleichmäßigeres Wachstum habe. Wenn ich mir diesen Baum jetzt ansehe, habe ich hier unten viel schönes, relativ flaches, aber doch leicht aufrechtes Holz. Das ist eigentlich genau so, wie ich einen Spindelbaum erziehen möchte. Ich habe einen dominanten Mitteltrieb, auf dem ich hier in den nächsten Jahren meine weiteren Etagen, quasi meine weiteren Trichter, hier nach oben hin aufbauen kann. Bei so einem Baum steht jetzt einer wirklich schönen Erziehung, einer schönen Krone in den nächsten Jahren nichts im Wege. Entscheidend bei dieser Arbeit ist jetzt auch der Zeitpunkt, wann man die Triebe flach bindet. Denn im Sommer bis in den Spätsommer hinein, das ist ein guter Zeitpunkt. Das heißt, ab Juni, Juli bis jetzt in den September hinein kann man diese Arbeit machen. Wenn man ihn im Sommer bindet, wenn der Trieb am Wachsen ist und wenn dieser jetzt im Herbst verholzt, dann bleibt dieser in der Position und man kann eigentlich im kommenden Jahr diese ganzen Unterstützungsmaterialien, diese ganzen Bindematerialien schon wieder entfernen, weil der verholzte Trieb schon in dieser Position bleibt. Ein Fehler, der jetzt häufig gemacht wird, ist, dass Leute Bäume aus der Baumschule holen und sofort und sehr streng formieren. Einerseits, wenn man die Äste sogar in einem Katzenbuckel bindet, wirkt man das Wachstum hier an der Triebspitze ab und erzeugt hier hinten am Scheitelpunkt richtige Wasserschossbildung. Und was auch passiert ist, vor allem bei sehr schön verzweigten Bäumen, bei wunderschön garnierten Bäumen, die eigentlich in der Baumschule kräftig gewachsen sind, dass diese dann sehr flach gestellt werden und das Wachstum regelrecht abgewürgt wird, wenn der Baum sofort nach den Pflanzen stark formiert wird. Ein Fehler, der an solchen Bäumen jetzt noch sehr häufig gemacht wird, ist, dass der Mitteltrieb hier angeschnitten wird. Wenn ich jetzt diesen Trieb hier einkürze, weil ich den Baum klein halten möchte, dann reagiert der Baum hier oben sicherlich mit zwei bis fünf starken, steilen, neuen Trieben im kommenden Jahr und der Baum ist um ein Vielfaches höher. Wenn ich diesen Trieb hier jetzt einfach belasse und fruchtbar werden lasse, dann passiert genau das Gleiche wie hier. Hier wurde auch ein steiler Trieb ganz einfach belassen, nicht unnötig stark zurückgeschnitten und er hat sich hier mit vielen kurzen Spießen und sehr fruchtbarem Holz garniert. Wenn ich diesen Mitteltrieb hier nicht anschneide, dann passiert genau das Gleiche wie hier. Wenn ich ihn zurückschneide, reagiert er oben mit wenigen, aber sehr starken, steilen Trieben. Damit hier die Mitte dann auch in den kommenden Jahren gerade wächst und nicht kippt, binde ich sie hier jetzt noch an und dafür nehme ich jetzt kein Hanf oder Juteschnur, sondern ich nehme jetzt hier einen dieser Bindeschläuche, die sind aus Gummi. Warum nehme ich hier jetzt das andere Material? Diese Bindeschläuche, die sind sehr elastisch und können nicht einwachsen. Da würde vorher dieser Gummi reißen, bevor er den Baum einschnürt und hier am Stamm bzw. hier am Unterstützungspfahl möchte ich diese Unterstützung ja auch möglichst lange belassen. Hier werde ich im nächsten Jahr die Schnüre wieder entfernen. Deswegen kann ich hier mit diesen anderen Materialien arbeiten und benutze hier für das Anbinden des Mitteltriebes am liebsten diese Gummischläuche. Jetzt schaue ich mir mit euch auch noch einen ein Jahr älteren Baum an. Diesen werde ich jetzt nicht formieren, weil mir das bei diesen Bäumen dann einfach schon zu aufwendig ist. Diesen möchte ich jetzt rein durch Schnitt erziehen. Und dieser Spindelschnitt, diese Spindelerziehung, die ist eigentlich sehr, sehr leicht umzusetzen, sehr, sehr leicht zu vermitteln. Denn diese Äste, die ich jetzt hier habe, möchte ich zu möglichst flachen Ästen machen, um hier in die Mitte auch Licht hinein zu bekommen. Die Äste, die mich am meisten stören dabei, sind diese steilen Aufrechten, vor allem wenn sie hier auch noch zurück ins Bauminnere wachsen. und deswegen entferne ich ihm jetzt solche stummelfrei auf kurze Spieße. Im Idealfall hätte ich hier jetzt noch einen etwas längeren Kurztrieb. Ist jetzt einfach nicht der Fall. Deswegen kann ich auf so einen nicht schneiden. Dann muss man ganz einfach den besten nehmen, den man hat. Das ist in diesem Fall jetzt dieses kurze, fruchtbare Holz. Hier genauso. Hier habe ich einen Ast, der hier unten schon eine Gabelung hat. Dem entferne ich jetzt auch hier vorne den steilen Trieb und belasse ihm aber hier dieses ganze kurze, fruchtbare und flach stehende Holz. Genau das gleiche mache ich auch hier und hier. Wenn ich Äste habe, die eigentlich in einem guten Winkel stehen, aber ich hier vereinzelt vielleicht doch steile Triebe nach oben habe, dann entferne ich ihm nur diesen steilen Trieb und somit ist dieser Ast eigentlich auch schon wieder fertig geschnitten. Auch so wie hier habe ich einen flachen, nach außen stehenden, kurz gewachsenen Trieb. Dagegen hier einen aufrechten, steilen, stärker gewachsenen. Den entferne ich ihm und auch den Trieb hier hinten. Bei all diesen Schnitten achte ich jetzt immer darauf, dass ich stummelfrei schneide. Das ist beim Steinobst etwas ganz, ganz Wichtiges. Beim Kernobst ist es nicht ganz so extrem, aber ich würde trotzdem immer empfehlen, sich einfach einmal eine gute Schnitttechnik anzugewöhnen. Der Schnitt dauert nicht länger und man ist dann einfach immer auf der sicheren Seite. Hier habe ich jetzt im Bauminneren das Problem wieder mit den Konkurrenztrieben. Deswegen würde ich mich jetzt hier für eine Mitte entscheiden. Dabei würde ich jetzt diesen hier auswählen und diese Konkurrenztriebe hier außen zur Gänze entfernen. Hier entscheide ich mich wieder für das Ableiten auf das flachere, schwache Holz, genauso wie hier. Und eigentlich ist dieser Baum mit sehr wenigen Schnitten auch schon beinahe fertig. Jetzt müssen wir uns nur noch mit der Mitte beschäftigen und hier haben wir jetzt einen ganz typischen Fall. Wir haben drei steile, kräftig gewachsene Triebe. Ich würde mich jetzt hier dafür entscheiden, den stärksten und steilsten Trieb herauszunehmen, den etwas schwächeren zu belassen und weil dieser dann eine Konkurrenz darstellt, würde ich auch diesen herausnehmen. Man könnte, wenn dieser zum Beispiel gerade stehen würde, auch gleich auf diesem Ast mit einem Schnitt als neue Mitte stehen, weil dieser aber hier der geradere für eine schönere Mitte ist, entscheide ich mich dabei jetzt diesen hier zu belassen und diesen als Konkurrenztrieb zu entfernen. Vor allem, wenn jemand mehrere junge Bäume gepflanzt hat und diese formieren möchte, dann sind Astklammern, sogenannte Astfix, ein nettes Hilfsmittel, um sehr zeiteffizient vorzeitige oder einjährige Getriebe flachzustellen. Diese Astfix, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einerseits sehr geradlinige, welche mit einem Knick, welche mit zwei Knick und mit diesen kann man vor allem sehr zeiteffizient arbeiten und wie gesagt vor allem vorzeitige Getriebe oder einjährige Getriebe, also alles, was noch nicht sehr stark, sehr mastig gewachsen ist, flachstellen. Vor allem im Kernobst sind diese ein wirklich nettes Hilfsmittel, vor allem wenn man viel Bindearbeit hat. Der Vorteil ist, dass man mit diesen, wenn man den Dreh raus hat, sehr schnell arbeiten kann und man kann sie natürlich über viele Jahre hinweg wiederverwenden. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung auch nochmal einige Bindematerialien. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und ich wünsche euch viel Spaß dabei, bei eurem Formieren der jungen Bäume. In diesem Sinne, schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Bullsdorf, bis zum nächsten Mal. Ciao!